So, und da geht's weiter mit unserem LSS-LP. So, da haben wir jetzt mal den... ...Quest fertig. Und natürlich, glaube ich, anlegen, weil es ist nicht stärker. So... Wenn das vielleicht mindestens schwer ist, ist es easy. Neue Quests? Nö. Sprich mit Hoffmann, okay. Aber welchen KW nehme ich denn jetzt? Freireiter ist Teil 2, Nachtwald. Mhm. Dann machen wir natürlich Nachtwald. Gucken wir mal, ob wir auch noch ein paar Leute dazu kriegen. Das kann man vergessen. Das raucke ich alleine durch. Zack. Okay. So. So, wunderbar. Genau. Genau ein Power, was da passt. So. So. Markham. Go. So. 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 Verdammt. Wunderbarer 16 erreicht. Aha, okay. So. Dann also. Total der Neugierer. Genau Angriff. So. Ich glaube, die Geldgucke müsste ich ja hier, so. So. Kommt das Mist hier, Alter. Yay. Weg ist er. 2014 passt. Hat gepasst sogar, gell? Gut, Jirannissen ist weggepustelt, aufpasst, dann gehe ich gleich nach oben, weil es ist nämlich direkt nach dem Schamagiger ist da. Gut. 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 Ich bin aus Höhle mindestens schwer zweimal, das passt, das ist nämlich der Eckblick. So. Da macht natürlich auch keiner. Ich hätte Mana-Pots mitnehmen sollen. Passt. Supi, so. 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 Das war's für heute. Mistviecher. Scheiß Vampir, Alter. Du kriegst gleich abgehogelungen hier. So. Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Sag mal, willst du mich verarschen? 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 Ach, schwecke Google-Ti. Äh, der Vampir-König. Ja, der Wechselte. So. Ach, 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 ach. So. So. So, das finde ich sogar wahnsinn cool. So. Also, el post. Was? Sag mal, was für mich verarscht, Alter? Künstler aus auf dem Kopf. Nein. Und wegwachen wir. Lol. Wir haben schon mal einen Triss gerade auf den SD. Und auf den Müll. Aha. Tamadinda. So, sieht schon mal was aus. So. so sieht schon mal gut aus abwasserkanal das ist ja schon wieder 1 2 3 dann würde ich sagen wir sehen uns dann hier beim nächsten dungeon